Aber dann in der Folge hat sich dieses, was man jetzt System Kurz nennt, verselbstständigt zu einem gewissen Grad. Und das ist, glaube ich, der große Fehler gewesen, der jetzt auch zu den Problemen geführt hat, dass da auf einmal aufgetaucht ist, dass in dem Umfeld des Sebastian Kurz Dinge vor sich gehen, wo man nur den Kopf schütteln kann und nur staunen kann, dass so etwas möglich ist. Da rede ich jetzt gar nicht über die Frage, was da strafrechtlich relevant ist oder nicht. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so. Der entscheidende Punkt ist, dass dieses System so einfach unakzeptabel ist.